Das ist der deutsche Harry Brauner. Wegen einer Hornhautvergrömmung benötigt Harry Brauner vermutlich eine deutsche Sehhilfe. Ja, nehmen Sie doch bitte Platz, ja? Jawohl! So, und einfach mal hier durchgucken. Und, was sehen Sie? Ich sehe Boczek! Boczek! Immer wieder Boczek! Boczek hat den Ball! Verloren! Ein Schäfer! Schäfer zu Rahn! Rahn müsste schießen und er anschießt ein Tor! 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 Deutschland ist Weltmeister!